Hallo, heute aus der Sonne. Und heute kommt eine sehr interessante Frage ins Spiel. Und zwar werden wir uns fragen, woher unser liebes Geld kommt. Und damit meine ich nicht, wie verdienen wir uns das Geld, sondern woher kriegt der Staat das Geld? Wie entsteht Geld? Was ist die Geschichte vom Geld? Wie hat sich Geld über die Jahrhunderte hin zu dem verändert, verwandelt, was es jetzt ist? Und welche Motivation bringt Geld mit sich? Dazu habe ich wieder mal ein Filmchen für euch. Das heißt, ich glaube, es heißt Fabian, gib mir die Welt plus 5%. Ein sehr interessanter Film, sehr nett gemacht und sehr ausführlich erklärt, wie das Geldsystem entstanden ist. Und ja, eine Top-Empfehlung. Macht euch das mal bewusst. Wie entsteht Geld und welchen Einfluss hat das auf unser Leben? Viel Spaß damit. Film. Film. Film.